Es ist wieder so weit. Ein neues Dampfgerät ist fertig für den Hauke gefertigt. Jede Menge Einzelteile, Kupfer, Messing, Edelstahl, Delvin, Verdampfer steckt hier drunter. Das Gerät soll an das Griffstück des Lichtschwertes aus Star Wars erinnern. Und ehe wir jetzt hier eben rumlaubern, machen wir natürlich gleich mal einen Dampftest. Shade. Eine Zelle, 26,650. Reine Mechanik, wie immer, wenn ich was baue. Für Elektronik bin ich viel zu doof. Magnet-Taster, Lockring, schwimmender Pluspol. Wenn man das Kupferteil hier unten rät, geht der Pol nach oben, gibt Kontakt. Ganz einfach funktioniert. Ja, denke ich mal, meistens. Ganz entspanntes Dampfen mit jeder Menge Leistung. Und wie heißt das Ding nochmal? Wasserhaube gesagt. Ich glaube, Cloud-Walker. Genau. Das ist der Name von dir. Gerät. Und jetzt jetzt hier geht's vais begehen.